Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute erinnern wir uns an die Vergangenheit und blicken zurück darauf, wie sich die Schauspieler der Serie Game of Thrones 2011-2019 im Laufe der Jahre verändert haben. Lass uns gehen. Nummer 1. Emilia Clarke wurde 1986 geboren und spielt Daenerys Targaryen. Daenerys ist die Drachenkönigin, deren Ziel es ist, den eisernen Thron zurückzuerobern und über die sieben Königreiche zu herrschen. Sie ist eine kluge und entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit, die bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen, um ihre Ziele zu erreichen. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Clarke 25 Jahre alt. Sie ist derzeit 38 Jahre alt. Nummer 2. Peter Dinklage wurde 1969 geboren und spielt Tyrion Lannister. Tyrion ist ein kluger und kluger Mensch, der seine Intelligenz stets nutzt, um Schwierigkeiten zu überwinden und in einer Welt voller Intrigen zu überleben. Er ist der jüngste Bruder der Familie Lannister und wird oft von seiner Familie verachtet. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Dinklage 42 Jahre alt. Derzeit ist er 55 Jahre alt. Nummer 3. Kit Harrington wurde 1986 geboren und spielt Jon Snow. Jon ist der uneheliche Sohn, von Ned Stark, der Schwierigkeiten hat, seine Identität und Rolle in der Welt zu finden. Er ist loyal, mutig und kämpft immer für Gerechtigkeit. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Harrington gerade 25 Jahre alt. Derzeit ist er 38 Jahre alt. Nummer 4. Lena Heddy wurde 1973 geboren und spielt Cersei Lannister. Cersei ist eine ehrgeizige und mächtige Frau, die immer bereit ist, alles zu tun, um ihre Familie zu beschützen und ihre Macht zu bewahren. Sie ist die Königin der sieben Königreiche, bekannt für ihre Grausamkeit und List. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Heddy 38 Jahre alt. Sie ist derzeit 51 Jahre alt. Nummer 5. Sophie Turner wurde 1996 geboren und spielt Sansa Stark. Sansa ist die älteste Tochter des Hauses Stark, die sich durch viele Prüfungen zu einer starken und weisen Frau entwickelt hat. Sie ist mitten in Verschwörungen verwickelt und muss einen Weg finden, in einer gefährlichen Welt zu überleben. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Turner gerade 15 Jahre alt. Sie ist derzeit 28 Jahre alt. Nummer 6. Maisie Williams, geboren 1997, spielt Arya Stark. Arya ist ein mutiges und belastbares Mädchen, das stets nach Freiheit und Gerechtigkeit für ihre Familie strebt. Sie erlebte viele gefährliche Abenteuer und wurde eine talentierte Kriegerin. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Williams gerade 14 Jahre alt. Sie ist derzeit 27 Jahre alt. Nummer 7. Nikolaj Costa-Waldau, Jahrgang 1970, spielt Jaime Lannister. Jaime ist ein berühmter Ritter und Liebhaber von Cersei Lannister. Er ist ein komplizierter Mensch, der ständig zwischen familiärer Loyalität und persönlichen Werten ringt. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Costa-Waldau 41 Jahre alt. Er ist derzeit 54 Jahre alt. Nummer 8. Jain Glenn, geboren 1961, spielt Jorah Mormont. Jorah war ein im Exil lebender Ritter, der Daenerys Targaryen seine Liebe und Loyalität widmete. Er ist ein treuer Beschützer und immer bereit, sich für den zu opfern, den er liebt. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Glenn 50 Jahre alt. Er ist derzeit 63 Jahre alt. Nummer 9. John Bradley, geboren 1988, spielt Samuel Tarly. Samuel ist ein enger Freund von John Snow, der für seine Intelligenz und seinen inneren Mut bekannt ist. Er spielte bei vielen wichtigen Ereignissen der Geschichte eine wichtige Rolle. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Bradley gerade 23 Jahre alt. Er ist derzeit 36 Jahre alt. Nummer 10. Alfie Allen, geboren 1986, spielt Theon Greyjoy. Theon ist ein Sohn des Hauses Graufreud, der viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat und darum kämpft, seine Identität und Loyalität zu finden. Er ist ein komplexer Charakter voller Widersprüche und Emotionen. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Allen gerade 25 Jahre alt. Derzeit ist er 38 Jahre alt. Nummer 11. Conleth Hill, geboren 1964, spielt Lord Varys. Varys ist ein intelligenter und mächtiger Mann, der hinter den Kulissen die politischen Ereignisse in den sieben Königreichen kontrolliert. Er ist ein mysteriöser Charakter, der für seine Fähigkeit bekannt ist, Informationen zu sammeln. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Hill 47 Jahre alt. Er ist jetzt 60 Jahre alt. Nummer 12. Liam Cunningham, Jahrgang 1961, spielt Davos Seaworth. Davos ist ein ehrlicher und loyaler Mann, der viele Schwierigkeiten durchgemacht hat, um einer der vertrauenswürdigsten Berater von Jon Snow zu werden. Er ist ein mutiger und entschlossener Mensch. Als die Dreharbeiten 2011 begannen, war Cunningham 50 Jahre alt. Er ist derzeit 63 Jahre alt. Und da haben sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderungen von The Neverending Story. Welche Entwicklung hat sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.